Am 12. Oktober 2016 begann der erste Studientag der Erstsemester am Campus M21 in Nürnberg. Das Motto des Kick-Offs war Campus Goes Olympia. Nach einer herzlichen Begrüßung richtete Professor Wiedemann das Wort an die Studienstater. Ein Studium am Campus ist darauf angelegt, dass sich jeder Student individuell und persönlich entfalten kann. Danach wurde das Wort unter anderem an Dr. Fleck, CEO der Nürnberg-Messe, übergeben. Am Ende des Tages muss man immer vor Augen haben, es muss Spaß machen, es muss Freude machen. Und dann gibt es am Ende auch einen sehr ordentlichen Abschluss. Im Anschluss wurden die 109 Studienstater vom zweiten Bürgermeister der Stadt Nürnberg, Christian Vogel, im feierlichen Heiliggeist-Saal begrüßt. Weiterhin wurden im Rahmen des Moduls Kampagnenmanagement die Gewinner für ihre Social-Media-Kampagne ausgezeichnet. Nach einer ordentlichen Stärkung mit fränkischen Spezialitäten folgte das Nachmittagsprogramm am Campus, welches ganz im olympischen Stil gehalten war. In verschiedenen Minispielen traten die Studierenden gegeneinander an. Natürlich galt aber das olympische Motto, dabei sein ist alles. Zum Abschluss des Tages gab es die feierliche Siegerehrung, bevor es anschließend zur Aftershop-Party ging. Ja und dann wünsche ich natürlich allen neuen Studierenden unseren Erstis von Herzen eine tolle Zeit am Campus, gute Ergebnisse und vor allem viele inspirierende Menschen kennenzulernen.